Willkommen in diesem Video. Ich bin Johannes Lutz von 3D-Industrie. Wir helfen Maschinenbauern und Industriebetrieben dabei, mit einem eigenen 3D-Drucker hochwertige Funktionsbauteile zu drucken und dabei sehr viel Geld und sehr viel Zeit einzusparen und die Innovationskraft auf ein neues Level zu setzen. Und genau diese Dinge, die ich gerade eben gesagt habe, hat mein Interviewpartner, und zwar Christian Vogel, im Podcast, im 3D-Druck-Podcast, richtig gut umgesetzt. Wenn Sie wissen wollen, was er tagsüber so macht, wenn Sie wissen wollen, wie er das gemacht hat, und vor allem, wenn Sie wissen wollen, welche Fragen ich ihm gestellt habe, dann sollten Sie unbedingt diese Podcast-Folge anhören. Sie finden den Podcast auf dem Link, den wir Ihnen hier zur Verfügung stellen. Sie müssen nur draufklicken, Sie müssen dann auf Play klicken und können Sie direkt reinhören, was Christian mir dort so erzählt und Ihnen auch erzählt und welche Tipps er hier weitergibt. Also, ich freue mich ganz besonders, wenn Sie in unser Interview hereinhören und Sie dort neue Dinge mitnehmen und wir hören uns dann im Podcast. Bis dann!